Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zum Unboxing. Noch mal ein Stück runter machen. Nachdem Tigger beim letzten Video da war, hat sich jetzt gedacht, Mausi, ich komme mal und unterstütze Papa beim Unboxing und schnurze ihn weg. Und zwar von Trebit, eine Bluetooth Box. Die haben mich hier gefragt, ob ich die in Videos vorstellen wollen würde und mal testen wollen würde. Und da habe ich gedacht, na klar, warum nicht? Die ist klein, schnucklig für unterwegs, geht dann an meine Tochter, weil ihre jetzt gerade den Geist aufgibt. Beziehungsweise nicht die Bluetooth Box, sondern der Akku. So, ihr kriegt euch mal nach unten. Handy räumen wir mal kurz weg, das brauchen wir erst im Testvideo. So, Mausi, du kannst hier bleiben und kannst hier ein bisschen schon rüber gehen. Papa will auspacken. Ja, ist Karton, da ist Mausi immer ganz heiß drauf. Könnte ja sein, dass man da reinpasst. So, die gibt es in Blau, Rot und Schwarz. Da ist nämlich ein User Manual mit bei. In Chinesisch, in Deutsch. Das werden wir uns gleich mal wegpacken. So, falls wir da Hilfe brauchen. Also, ist wirklich Deutsch. Ich hoffe, ihr seht das. So, Mausi, geh mal rüber. Du kannst dich hier hinlegen, Herr Papa nichts dagegen, aber störe bitte nicht. So, dann haben wir hier noch 2 Karten. Thank you. Mit einem QR-Code und 1 Dollar und für UNICEF oder so und da ohne so ein Heft mit bei und UNICEF. Mausi? Nein. Dann haben wir die Bluetooth Box. Wir müssen aber noch mal gucken, ob hier noch was anderes mit bei ist. Ah, hier. Ich sehe es. Hier haben wir dann noch den Kabel. Ich weiß, das heißt das Kabel. Hier ist nichts weiter drin. Da ist auch nichts weiter drin. So, können wir natürlich dazu machen. So, dann gucken wir uns die mal an. Vielleicht mache ich doch nur ein Video Hardware gleich mit bei, weil ist ja nicht wirklich großartig was mit drin. So, Tüte auf. Da passt du nicht rein. Es ist ein Mini-USB Kabel. Also kein USB-C, sondern Mini. Und wartet mal. Karton. So. So. Machen wir den Karton mal hier her. Weil dann ist sie. Oder wir machen gleich runter. Genau. Guck mal da. Karton. Super. Und schon ist sie drin. Vom Style her sieht sie ganz okay aus. Sind das Gummi? Also das sind Tasten. Große Tasten. Cool. Okay. Gummiert. Stoff. Eine Lasche hier zum Tragen haben wir hier auch. Ich werde mich mal kurz umdrehen und die Cam Watt höher machen. Dann kann ich euch das gleich zeigen. Also wir haben hier richtig große Tasten. Also ich glaube das hört man. Dann haben wir so ein Gummiband. Um sie irgendwie zu befestigen oder anzuhängen. Dann Triebit steht hier oben drauf. Das ist so Klavierlack. Schwarz mit einem grauen Strich und da Triebit drin. Und auf der anderen Seite Mix Boom. Hier unten steht dann auch nochmal Triebit. Das ist so Stoff. Und hier unten ist so gummiert. Oben auch. Und hier haben wir dann nochmal einen An- und Ausschalter. Einen Bluetooth-Knopf. Bass. Das kann ich euch mal zeigen. So. Und hier unten. Mal gucken wie das jetzt hier aufgeht. Also das ist sehr fest. So. Oder ist das nur ein Knopf? Das klingt Knopf Aux ist doch ein Eingang. So jetzt habe ich es. Ich musste mein Messer zu Hilfe nehmen. Das ist sehr fest drauf. Hier sind auch so Gummidichtungen. Seht ihr das? Ist ja auch wasserdicht. Also hier braucht dann keine Angst haben, dass da Wasser drin kommt, wenn das zu ist. Da ist der USB-Kabel zum Laden und der Aux. Das ist so ein Blitzsymbol da mit bei da unten. Und wenn wir das hier wieder rauf machen. Das ist wirklich sehr fest drauf. Also am besten mit einem Löffel oder mit irgendwas. Jetzt kriegst du mit dem Finger hin. Jetzt kriegst du mit dem Finger hin. Aber beim ersten Mal ist das wirklich sehr sehr schwer. Muss aber auch sein und die Dichtung müssen ja auch sein, damit das wirklich wassergeschützt ist. So. Jetzt wollen wir da natürlich auch mal gucken. Bluetooth, Bluetooth, Bluetooth an. Und das weiß ich jetzt schon, ohne dass ich die Bedienungsanleitung gelesen habe. Weiß ich schon. Ich muss den Powerknopf einfach nicht nur drücken, dass es an. Hört das? Und es blinkt blau. Das ist normal anmachen, wenn es schon mal gekoppelt ist. Aber wenn ihr koppeln wollt, müsst ihr gedrückt halten. So. Jetzt ist aus. Im Auszustand einfach gedrückt halten. Also so ist es eigentlich immer. Ne. Wir haben hier eine Bluetooth-Taste. Hier haben wir ja eine Bluetooth-Taste. Habe ich ganz vergessen. So. Und wir haben hier mein Samsung-TV. Wir scannen gerade mal nochmal neu. Nach neuen Geräten. Trebit findet da auch sofort. Jetzt ist verbunden. Und wenn ich hier raufgehe. Info. Mensch, abbrechen. Info. Es ist Telefon-Audio an. Media-Audio ist an. Und ich mache noch Kontakt-Freigabe rein. So. Und jetzt wollen wir mal gucken. Musik. Und Titel. Interpret. Nemesis. Ich spule mal. Weil da habe ich das okay von Nemesis, dass ich die Musik nutzen darf. Also jetzt habe ich den Bass ausgemacht. Jetzt ist es an. So. Schönen Druckpunkt. So. Ich guck mal. Jetzt. Ja. Pause. Play und Pause ist das. So. Wir machen aber mal weiter. So. Die CD von der Band gibt es bei Amazon. Die packe ich euch in die Videobeschreibung rein. Na sing doch mal. Das war nur instrumental. Böser Zwilling. In der Band gibt es. 1. 1. 1. 2. 1. 3. 2. 5. Also im liegenden Zustand kommt besser rüber, der Sound. Also ich habe jetzt extra mal was Leise gemacht, ich wollte nur gucken, wie laut es ist und es ist Mittagszeit und ich muss wegen Nachbarn achten. Also in diesem, so liegend, kommt der Sound wirklich geil rüber, wenn ich so mache. Kommt da auch noch gut, aber es fehlt was. Ich mache mal ein anderes Lied rein. Ja, so ist es besser. So hört es sich auch gut an, ein bisschen dumpfer ist es, aber es fehlt was und zwar hier unten sind zwar so Kerbenbrinne für Luft, aber es hört sich so wesentlich besser an. Also wir haben Lautsprecher praktisch, hier höre ich was vom Lautsprecher und auf der Seite. Und hier haben wir dann halt Bedienfeld, hier ist nichts und hier hört man auch nichts, wenn Und hier kommt mit dem Ohr ran hier. Und hier ist halt Bass logischerweise und hier auch. Was haben wir denn noch? Also es ist wirklich, es hört sich. Alles beides gut an, ob sie jetzt liegt oder steht. Aber wenn sie steht, hat man eindeutig so ein bisschen das Mono Gefühl. Irgendwie geht da, geht was verloren. Da kommt zwar Luft hier unten durch und auch raus und aber es fehlt was. Es fehlt definitiv was. Also wirklich definitiv besser, wenn man sie liegen hat, so. Ich zeig euch das mal so. So liegen hat mit den Zeichen nach vorne halt logischerweise oder wenn man sie anhängt und oben und unten frei ist. Das ist definitiv viel besser. Verarbeitung finde ich jetzt auf den ersten Blick sehr gut. Also hier ist nichts Negatives irgendwie festzustellen. Die LEDs leuchten schön. Also Power blau und Bass weiß. Die Dichtungen sind sehr dicht. Also da müsst ihr wirklich aufpassen. Am besten mit einem Löffel oder mit einem nicht spitzen Gegenstand dran beim ersten Mal. Ich habe auch keine Fingernägel. Oder nicht viel. Aber man kriegt das dann schon ab. Aber beim ersten Mal habe ich es gar nicht abgekriegt. Da müsste man dann schon mit einem stumpfen Gegenstand ein bisschen nachhelfen. Aber das ist ja auch gut so, dass ihr das wollt, weil das soll ja Wasser und Spritzwasser geschützt sein irgendwie. So, wir müssen mal nachlesen. Steht vielleicht was drin. USB Kabel haben wir mit dabei. Das ist ja klar. So, hier haben wir doch Bluetooth Version V4.2. Bluetooth Profile, A2DP, AVRCP, HFP und HSP. Drive 2x0... Ne, 5... Mann ey. Das kleine Schiene. 75mm Passiv. Ausgang 2x12 Watt. 70 bis 20 Kilohertz. Batterie. 4,7 Volt. 2600 mAh Akkus da drin. Sollte eine Weile reichen. Und 500 Gramm soll sie wohl wiegen. Die wird dann an meine Tochter gehen. Da wird die sich freuen. Die Tasten sind auch sehr direkt. Reagiert sofort. Ich krieg hier auch gleich die Nachricht, dass die weg ist. Also Verarbeitung ist echt gut. Also da kann man echt nicht meckern. Die hat aber natürlich ein bisschen Gewicht. Das ist klar. Aber so, bevor sie meine Tochter kriegt, jetzt noch ein paar Mal testen. Wenn ich in der Küche bin, kochen bin. Achso, da brauche ich sie doch gar nicht einpacken. Warum packe ich die jetzt ein? Angewohnheit. Wenn ich in der Küche bin, werde ich sie jetzt demnächst mal testen und mir am Tablet anschließen. Wenn ich mir YouTube Videos angucke und dann halt hier die Box mal nehmen als Lautsprecher. Und wenn ich am Auto putzen bin, was ich jetzt morgen machen werde, werde ich auch die Box mal mitnehmen. Und dann halt Musik über Handy machen und die Box nutzen. Ich bin mal gespannt. Aber so, wirklich. Verarbeitung ist gut. Kann man jetzt echt nichts Negatives sagen. Den Link packe ich euch dazu in die Videobeschreibung. Wie gesagt, irgendwo in der Ecke wird Werbung stehen, weil ich habe es zur Verfügung gestellt bekommen. Die kommt dann halt in diesen schönen Karton. Achso, hier kann ich euch auch mal zeigen. Wer das lesen will, kann gerne Pause machen. Da stehen nochmal die technischen Daten drauf. Und hier haben wir, ja, waterproof, Bass, also X-Bass, Speak-Phone, da soll wohl auch ein Mikrofon mit bei sein. Long-Battery-Live. Ich hoffe, ihr könnt das halbwegs erkennen. Ja, macht an sich einen echt guten Eindruck. Da bin ich mal gespannt. Ich werde die jetzt auf jeden Fall testen und dann mal gucken, wie es ist. Dann wird es vielleicht später dann nochmal ein Video geben, Hardware-Video, also Hardware-Check-Video, wo ich euch dann sagen kann, was ich damit gemacht habe und inwiefern ich damit zufrieden bin. Und dann geht die an meine Tochter. Achso, hier für die Leute, die die Facebook- oder was weiß ich-Seite suchen. Die Webseite, die können da gerne jetzt Pause machen und einen QR-Code-Scanner da ranhalten. Dann werden die automatisch weitergeleitet. Finde ich gut. Hier steht auch Support. E-Mail-Adresse. Die Webseite steht hier. Die werde ich euch natürlich verlinken, aber hier könnt ihr sie nochmal sehen. Dann würde ich jetzt hier auch erstmal Schluss machen, wenn es euch gefallen hat. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin. Ahoi. Das hat euer Odin. 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 Odin's Test.